Herzlich willkommen zu einem neuen Video von TM Parts. Heute sitzen wir an der C-Klasse W205, um genau zu sein ein 220er Diesel. Es geht heute darum den Service zu resetten. Wir haben jetzt den Ölwechsel gemacht. Alle Produkte findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt stecken wir erstmal den Schlüssel ins Zündschloss und drehen den auf Stufe 1, das heißt einmal nach rechts. Nun ist es wichtig, dass wir den Kilometerstand anzeigen, dass wir diese Ansicht haben hier. Dann brauchen wir eine Tastenkombination. Und zwar drücken wir hier OK auf der linken Seite und den Telefonknopf auf der rechten Seite. Beide gleichzeitig für drei Sekunden. Eins, zwei, drei. Und dann kann man diese Ansicht hier sehen. Dann gehen wir jetzt in Assist Plus. Bestätigen mit OK. Jetzt sagt er uns Zündung einschalten. Das heißt hier den Schlüssel einmal weiter drehen. Und hier sehen wir auch, dass der Service seit 14 Tagen fällig ist. Das bestätigen wir. Dann gehen wir runter auf Gesamtservice. Und gehen nach unten. Auf Service bestätigen. Da wir hier das Longlife Öl genommen haben, nehmen wir das untere und bestätigen mit Ja. Einmal Bestätigung. Und der Gesamtservice wurde durchgeführt. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich mit einem Daumen nach oben freuen. Und für weitere Videos kannst du gerne den Channel abonnieren.